Novartis ist auf der Suche nach Top-Nachwuchs-Akademiker. Aus diesem Grund bietet C. Darsia schon zum zweiten Mal ein sogenanntes Bio-Camp an. 45 Jung-Akademiker aus Europa, 20 davon aus der Schweiz, sind für drei Tage auf Basel eingeladen worden. Das Ziel sei gegenseitig zu beschnuppern. Eine spätere Karriere beim Pharma-Riss ist nicht ausgeschlossen. Der César Perig berichtet es. Michael Graber ist ein von den 20 Schweizer Jung-Akademiker, wo für das dreitägige Bio-Camp 2008 ausgesucht wurde. Darunter sind Biologen, Chemiker aus dem Arztbereich oder auch Ökonomen. Zusammen mit 25 anderen aus 17 europäischen Ländern wird er im Novartis-Campus über die neuesten Biotech- und Pharmatrends informiert. Ich hatte bis jetzt sehr den akademischen Blickwinkel. Und ich denke, es ist natürlich interessant, jetzt zu schauen, wie wird das alles in einem Business gemacht, wo man Geld verdienen muss. Und natürlich auch interessante Gespräche mit Leuten. Ich bin jetzt gerade auf Stellensuche. Das könnte natürlich auch interessant sein, zu schauen, was gibt es da für Stellen, die offeriert werden. Ich denke, einfach so ein bisschen eine Horizont-Erweiterung für jemanden, welchen ich schon mal so das akademische Umfeld kennengelernt habe bis jetzt. Eine Jury unter der Leitung von Professor Paul Herrling, Leiter der Forschung bei Novartis, hat ihn und die anderen unserer grossen Zahl von interessierten Studierenden ausgesucht. Schon gestern Abend haben sie beim Nachtessen die Möglichkeit gehabt, ihre anderen Kollegen kennenzulernen. Das sind ganz lässige Leute. Also wirklich lässig. Das ist eine ganze internationale Crew, die da zusammengeürfelt worden ist. Und einfach spannend, mit diesen Leuten zu sprechen, von wo kommen sie, was machen sie und so. Wir haben alle, ich würde mal sagen, einen relativ ähnlichen Background, so im biochemischen Bereich. Bereits zum zweiten Mal führt Novartis so eine Biochem-Tour. Die Veranstaltung sei aber nicht einfach eine Jobbörse für Novartis, obwohl das der Anschein machen könnte, hat der Leiter von Novartis Schweiz, Michael Plyss, gesagt. Wir machen das seit 2004, vor allem im asiatischen Raum. Wir haben jetzt einmal die einjährige Erfahrung vom letzten Jahr. Und das hat uns ermutigt, das weiterzumachen. Es gibt Kontakt und wir haben aus den Anlässe aus Asien, haben wir zwei, drei Leute, die jetzt bei uns gelandet sind. Aber es gibt einen Kontakt, es gibt eine Erweiterung vom Netzwerk, auch für die jungen Leute. Novartis hat für das Camp namhafte Referenten engagiert. Und der oberste Chef Daniel Basella hat den Nachwuchs über die neuesten Trends in der pharmazeutischen Industrie gerade selber informiert. From the point of view of the agenda, I think it's very important to ask fundamental questions. What are the evolutions we cannot observe in the world related to healthcare? In der Arbeitsgruppe haben Teilnehmer Gelegenheit, einen Businessplan für ein biotech-Startup-Unternehmen zu erstellen. Eine Jury wählt zwei davon aus, die dürfen vom 24. bis 27. Oktober an ein internationales Bayer-Camp nach Hongkong reisen. Das sei aber nicht das Hauptziel von Michael Graber. Ich erwarte jetzt mal noch nicht allzu viel. Ich denke, bis jetzt bin ich einfach überrascht worden, was das für eine grosse Sache ist und wie lässig das ist. Und jetzt wird es noch eine Fallstudie geben, die wir in Gruppen bearbeiten werden. Und ich denke, das könnte eine ganz spannende Sache werden. Für den Schweizer Novartisch-Chef Michael Plüssig das Camp hier in Basel, eine gute Gelegenheit mit jungen Akademikern in Kontakt zu treten und eines einen oder anderen auf den Weg geben können. Er selber hat so einen Camp als Junge gern mitgemacht. Ja, das wäre absolut super gewesen. Aber in meiner Zeit hat man in der Universitätsjahre die Industrie ja noch fast als der Find betrachtet. Und Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so. Man sieht, beide braucht es. Wir brauchen die Akademie ja noch mehr, wenn er das die Akademie uns braucht. Aber das wäre etwas Tolles gewesen. Neben den Referaten und Diskussionen konnten die Teilnehmer auch die neue pharmazeutische Produktionsstätte in Hünigenkoa anschauen. Zudem ist eine Tür geöffnet worden zu den neuen Forschungseinrichtungen im Novartis Campus, die erst in Frühling eröffnet worden sind. der in die Richtung, die eineppe, die eine Schwester beantwenete, die eine so kleine Essen umgekehrt werden können. Untertitelung. BR 2018